So. Jetzt müsste das aber wirklich unendlich weiterlaufen. Gut, okay. Und jetzt suche ich schnell den anderen Bauxitplatz. Ähm, da ist jetzt generell die Frage, von wo? Ich glaube, ich habe den Drohnen-Landeplatz für Bauxit schon gebaut. Ach, könnte es sein, dass ich gerade einfach nur durcheinander bin? Könnte das sein? Man munkelt. Der Drohnen-Landeplatz ist irgendwo hier. Hier geht Strom entlang. Ach, guck mal, hier. Hier ist der Landeplatz. So, habe ich jetzt hier noch Platz für eine Drohne? Ja. Dieser Landeplatz heißt Bauxitplatz. So, der soll bitte zu Batterieplatz fliegen. Und der Batterieplatz fliegt nach Aluplatz. Also, Batterie nach Alu. Schwefel nach Batterie. Bei Alu ist nix, weil mir die Drohne fehlt. Da fliegt ja die Batterie Drohne hin und her. Und Bauxit landet auch bei Batterie. Okay. Wie ist das hier? Habe ich hier? Hier habe ich nur eine Batterie. Habe ich das denn hier so gemacht? Ja, habe ich das. Wenn eine Batterie dabei ist, dann landet das da auch drin. Okay, ist hier vielleicht gerade zufällig eine Drohne auf dem Weg hin? Das warten wir mal kurz noch ab. Also, die eine Drohne kreist, weil die andere noch beschäftigt ist. Das ist schon mal gut. Da kommt schon die nächste. Also, Schwefel lädt gerade ab. Und Bauxitplatz ist der nächste. Also, die nächste Drohne. Und dann kommt die und schwebt da rum. Es braucht auf jeden Fall ganz schön lange. Ja. Hm, die kommt irgendwie gar nicht mehr zurück. Warum? Das kann noch gar nicht so lange dauern. Irgendwie kommt die nicht zurück. Also ich bin am Bauxitplatz. Schwefel fliegt nach Batterie. Aluplatz. Ja, ich glaube, ich muss da gucken gehen. Die Frage ist, woran könnte das jetzt liegen? Dass die nicht mehr zurückkommt. Die nicht genug Batterien bekommen hat. Wie hat die überhaupt Batterien bekommen? Ach du scheiße. Nee, nee, lasst mal. Ich habe keine Lust, mit euch jetzt Stress zu haben. Also habe ich wirklich gar nicht gerade. Ja, also da tut sich noch immer nix. Wo stürze ich mich denn jetzt am besten runter? Wo bin ich überhaupt? Ich bin an einer ganz anderen Stelle. Ich muss viel mehr in diese Richtung. Oh, und mein Sprit geht mir auch langsam aus. Nee, also irgendwas stimmt da mit den Drohnen nicht. Das muss ich, das möchte ich mal eben in Erfahrung bringen. Weil ich finde das ja überhaupt nicht geil, wenn ich jetzt hier mich zwar dahin gearbeitet habe, dass das alles steht. Es hat aber im Endeffekt nicht funktioniert, weil ich irgendwo einen Gedankenfehler drin habe. So, und was ich jetzt als allererstes hier auch mal noch schnell mache, ist mir mal hier noch 200 Sprit rausholen. Denn der Jetpack gehört nun mal zu meiner Hauptbewegungs-Fortbewegungs-Methode. Das heißt halt aber auch, dass ich deswegen den Sprit so schnell leer kriege. So, bei den Drohnen passiert immer noch nix. Die stehen da immer noch rum. Ich habe bestimmt der Drohne, die da steht, nicht genau gesagt, was sie tun soll und deswegen blockiert sie den Rest. Irgendwas, irgendwas Logisches ist das. Irgendwas. 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 Irgendwas.